Jetzt, verehrte Zuschauer, möchten wir Sie zu einer Kreuzfahrt ganz besonderer Art einladen. Oder hätten Sie vermutet, dass sich auf hoher See eine völlig eigenständige Kunstszene entwickelt hat? Begleiten Sie uns an Bord der MS Europa. Schließen Sie sich einer Führung durch diese schwimmende Galerie an und erleben Sie, dass Ernst und Vergnügen durchaus unter einem Hut, pardon, ein Deck zu bringen sind.